Wir von der Ecosol Nordwest GmbH sind stolz darauf, in 2021 den Brownfield Award für das beste ökologische Projekt gewonnen zu haben. Die ehemalige Kuckerei Graf Bismarck gehört zu der gleichnamigen Zeche Graf Bismarck, die 1868 gegründet worden ist und bei der zu Hochzeiten 7000 Mitarbeiter beschäftigt waren. Nachfolgend wurde die Fläche noch als nationale Kohlereserve genutzt, also hier war ein großes Kohlenlager, wo quasi für schwierige Zeiten große Mengen an Kohle gelagert worden sind. 2015 haben wir mit der Sanierung der Baumaßnahme begonnen und haben 40.000 Kubikmeter Erdaushub getätigt, die anschließend in ein Sicherungsbauwerk verbracht wurden und anschließend haben wir 1,8 Millionen Tonnen Boden eingebaut und über 138.000 Quadratmeter eine Oberflächengestaltung hergestellt, die jetzt am Ende begrünt wird, mit Bäumchen bepflanzt wird und anschließend an die Öffentlichkeit übergeben wird. Zur Titelverteidigung für den Brownfield Award, bestes ökologisches Projekt, haben wir auch schon das nächste Projekt ausgewählt und sind gespannt, wie wir 2022 uns mit dem nächsten Projekt im Brownfield Award vorstellen werden.